Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie, wo auch immer Sie jetzt sein mögen. Ich selbst stehe in einem kleinen Fernsehstudio irgendwo in Tübingen und der Kameramann trägt eine Maske, Indiz, Symptom dieser Zeit. Und ich bin froh und dankbar, dass Sie sich zugeschaltet haben, dass Sie angeklickt haben bei dieser Republika der etwas anderen Art. Denn mir wurde klar, dass dieses Sich-Zuschalten, dieses Anklicken Ausdruck einer außerordentlich charmanten Hypothese ist. Nämlich der Hypothese und der Annahme, dass ich etwas von Bedeutung zu sagen haben könnte an diesem Abend. Und deshalb muss ich Ihnen gleich vorweg gestehen, ich habe eigentlich nur ein paar Fragen mitgebracht, keine definitiven Antworten. Ja, ich behaupte sogar, und ich sage das als bekennender Nicht-Virologe und als jemand, der zu der kleiner werdenden Gruppe bekennender Nicht-Virologen gehört, dass die Frage die zentrale Äußerungsform der Stunde sein könnte. Was also sind meine Fragen? Meine Fragen lauten, warum hat die Corona-Krise derart viel ausgelöst? Im Vergleich etwa zur Klimakrise. Was ist es überhaupt, das unser Bewusstsein verändert und transformiert? Was sind die Merkmale einer Krise, die uns selbst in Aufruhr versetzen? Und ich will, um meine Gedanken, Ideen, Fragen und Beobachtungen ein wenig zu sortieren. Ich möchte Ihnen zunächst im Sinne eines Einstiegs, im Sinne einer Hinführung eine Geschichte erzählen. Sie handelt von Stuart Brand, Mitbegründer der ersten Online-Gemeinschaft der Welt. Sie handelt von der Ikone der Umweltbewegung, diesem Bild des blauen Planeten. Und sie spielt auf einem Hausdach, er eignet sich auf einem Hausdach irgendwo in San Francisco im Jahre 1966. Stuart Brand, Begründer, Erfinder des Whole Earth Catalog, war damals 1966 28 Jahre alt. Und er saß, er hat das wunderbar in einem Aufsatz beschrieben, auf diesem Hausdach eingehüllt, in eine Wolldecke. Und zur Wahrheit dieser Geschichte gehört, dass er Drogen genommen hatte. LSD war damals legal, 100 Mikrogramm hatte er geschluckt. Und er beschreibt und erlebt, wie im Moment dieses beginnenden Drogenrausches in ihm der Eindruck, in ihm das Gefühl entsteht, er könnte irgendwo am Ende des Horizonts gleichsam die Krümmung, die Wölbung der Erde sehen und erkennen. Und er hat den Eindruck, er hat das Gefühl, wenn der Blick von oben möglich geworden ist, wenn es ein Bild der ganzen Erde gibt, geben könnte, dann würde sich unser Bewusstsein positiv verändern. Und er beschließt an diesem Nachmittag, eine Kampagne zu starten. Eine Kampagne, die die NASA dazu auffordert, von ihren Raumfahrtflügen ein Bild der ganzen Erde mitzubringen. Er kontaktiert die unterschiedlichsten amerikanischen Wissenschaftler, vermag sie für seine Idee zu begeistern. Er druckt am Vorabend der Studentenunruhen des Jahres 1966 kleine Buttons und Poster-Buttons, die die Frage enthalten, why haven't we seen a picture of the whole Earth yet? Warum hat man uns noch kein Bild der ganzen Erde gezeigt? Und tatsächlich, seine Kampagne hat Erfolg. Irgendwann und mit einem Mal ist es da, dieses Bild, dieses andere, dieses neue Bild der Erde. Eine Hippie-Idee mit Weltwirkung. Sie alle kennen dieses Bild. Eine tiefblaue, weiß-marmorierte Murmel eingebettet in die Schwärze des Universums. Der blaue Planet. Welches Bild, welche Geschichte erzählt dieses Bild? Nun, ich würde sagen, es ist eine Geschichte, die von der Schönheit, der Verletzlichkeit und der Begrenztheit des Raumes handelt, der uns allen zur Verfügung steht. Hat dieses Bild in nunmehr gut 50 Jahren unser Bewusstsein verändert? Hat es die Umweltbewegung geprägt und inspiriert? Ja, das kann man ganz klar so sagen und diagnostizieren. Hat es aber auch eine massive Wirkung gehabt? Nein, so würde ich sagen, die Wirkung war doch begrenzt. Nach wie vor gibt es keine effektive Weltklimapolitik. Nach wie vor kommt das Atemsterben nicht zu einem Ende. Nach wie vor haben sich aufgrund dieses Bildes Kulturen, Gesellschaften nicht als ausreichend lernfähig erwiesen, um ihr Bewusstsein im Sinne eines effektiven Schutzes das Planeten auf eine sinnvolle, sinnvolle Weise zu verändern. Es gibt ein anderes Bild, ein Bild eines Virus aus China, das wir alle erst seit ein paar Wochen oder Monaten kennen, das in kürzester Zeit eine Transformation der Weltgesellschaft ausgelöst hat. Was sieht man? Was zeigt dieses Bild? Nun, hier ist es keine gigantisch große Kugel, wie im Falle des blauen Planeten. Nein, hier ist es eine winzig kleine Kugel, nur mit einem Mikroskop zu sehen. Eine winzig kleine Kugel, umgeben von einigen Zacken und Büscheln einer kleinen Corona. Ein Virus verändert die Welt. Es ist kein Bild der Schönheit, sondern es ist ein Bild des Schreckens und zwar des persönlichen Schreckens. Es induziert Angst, Angst vor Infektion, Angst vor Krankheit, Angst vor einem möglichen Tod. Nun, ich will einen Moment lang der Frage nachgehen, wie Bilder überhaupt, wie Bilder des Schreckens oder Bilder der Schönheit unser Bewusstsein verändern. Wie einzelne Krisen, nehmen wir die sogenannte Flüchtlingskrise, den Skandal um die Massenüberwachung oder die Klimakrise, wie die auf uns einwirken, welche Reflexe und Reaktionen die auslösen, welche Lerneffekte sie haben und welche eben nicht. Kommen wir oder denken wir an die sogenannte Flüchtlingskrise. Sie war und ist, so muss man sagen, das soll nicht zynisch klingen. Es gibt viele Zeichen berührender Solidarität auch hier. Sie war und ist aber im Kern eine Krise der Anderen, der Fremden. Hier fehlt ein Element der persönlichen Betroffenheit, der eigenen existenziellen Angst. Es sind die Anderen, die weit weg sind, womöglich weit weg sind, um die es hier geht. Und noch heute ist es so, wir wissen, dass 40.000 Menschen auf griechischen Inseln leben, unter menschenunwürdigen Bedingungen eingepfercht, davon 14.000 Minderjährige. Und was tut Europa, was tut Deutschland? Man hat sich entschieden, zunächst 50 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen, dann 350. Viele andere Staaten reagieren noch sehr viel reservierter. Oder denken wir an den Skandal um die anlasslose Massenüberwachung durch den britischen und den amerikanischen Geheimdienst. Ich würde sagen, in der Summe betrachtet ist dieser Skandal, sieht man von einem durchaus Ergebnisse produzierenden Untersuchungsausschuss einmal ab, weitgehend verpufft. Woran lag das? Nun, das ganze Geschehen war vermutlich schlicht zu abstrakt für das Fassungsvermögen des Menschen. Es gab kein packendes Narrativ, kein eindeutiges Bild des Opfers, keine Wirkung, die unmittelbar erlebbar gewesen wäre in dem eigenen Lebenshorizont. Überwachung juckt nicht, Überwachung zerfrisst nicht, die Lungeüberwachung macht nicht impotent. Was bekam man zu sehen? Wie sah die Ikonografie des Schreckens in diesem Fall aus? Nun, man kam ein paar blinkende Server zu sehen, ein paar grünlich flimmernde Chatprotokolle auf dunklen Bildschirmen und ein paar absolut scheußliche PowerPoint-Präsentationen der NSA oder des britischen Geheimdienstes im Verbund mit lauter Spähprogrammen, insgesamt 300 Späh- und Überwachungsprogramme, deren Namen, ich würde es fast wetten, niemand, so gut wie niemand auswendig her sagen kann. Hier fehlte also das Bild des Opfers. Denken wir in einem nächsten Schritt in diesem Vergleich des Krisen, der Phänomene, der Skandale, geleitet von der Frage, was eigentlich Lerneffekte auslösen, was nicht, denken wir in einem nächsten Schritt an die Klimakrise. Auch hier gibt es ganz analog ein Komplexitätsproblem. Die Klimakrise ist erstens multikausal, das heißt, es gibt nicht eine Ursache. Sie ist zweitens in eine bestimmte zeitliche Dimension eingebettet. Ihr fehlt, im Unterschied zur jetzt erlebbaren Weltvirus-Krise, dieses Momentum der totalen Plötzlichkeit, das erschreckt. Sie schleicht dahin, gleichsam im Zeitlupentempo, in einer medial schwer verwertbaren Drögen, Allmählichkeit, so könnte man sagen. Und drittens, die Klimakrise betrifft zwar jeden, aber es ist nicht alle gleichermaßen gefährdet. Wir wissen, dass Superreiche sich längst ihr Weltuntergangsversteck auf Neuseeland oder anderswo gebaut haben. Ganz anders die Corona-Katastrophe. Man könnte sagen, das Virus ist demokratisch, nicht hierarchisch. Es betrifft jeden. Hierarchisch ist die Not, die dann in der Folge einer Infektion oder eines Nicht-mehr-Arbeiten-Könnens entsteht. Hier zeigen sich die sozialen Unterschiede und Ungerechtigkeiten. Hier werden sie manifest. Aber zunächst gilt, jeder ist potenziell in Gefahr, unabhängig von gesellschaftlicher Macht, von Einfluss, von Geld. Ein Premierminister genauso wie eine Kanzlerin, genauso wie der Präsident einer Supermacht. Alle sind betroffen und es gibt eine eigene aufrüttelnde Ikonografie des Schreckens. Schockvideos, Bilder aus Wuhan, aus den Krankenhäusern in Norditalien oder aus New York. Und man weiß oder ahnt und hofft, berechtigterweise, dass diese Krise irgendwann endet, dass sie zeitlich befristet ist. Und man kann trotz der globalen Größe des Geschehens etwas tun, kann reagieren, kann selbstwirksam agieren im Horizont der eigenen Lebenswelt. Man kann die Hände waschen, Masken tragen, einem alten Menschen etwas zu essen oder ein paar Blumen vor die Tür stellen. Das bedeutet, wenn ich zusammenfasse, wenn ich versuche, diese unterschiedlichen Beobachtungen und Krisenbetrachtungen ein wenig zu sortieren, wir sehen in der Reaktion auf die aktuell laufende Pandemie uns selbst. Wir sehen unsere Wahrnehmungsausstattung, sehen wie reflexhaft, ich zentriert, punktuell, geleitet von persönlicher Angst. Wir reagieren. Ja, man könnte sagen, es ist eine Angstrevolution im globalen Maßstab, die wir im Moment erleben und die uns umtreibt. Ich würde gerne freundlichere Schlussfolgerungen ziehen, aber ich muss gestehen, ich kann mich der aktuell erlebbaren Zeitdiagnostik und Zukunftsdiagnostik nicht so wirklich anschließen. Diese Zeit- und Zukunftsdiagnostik scheint mir von frommen Wünschen regiert zu werden. Ja, es gibt Menschen, die sagen, wunderbar, wir treten ein durch diese Krise in eine Welt der neuen Handlungsmöglichkeiten. Wir merken, was starten können, wie schnell Transformation gelingt, wie rasch Verzicht möglich ist. Und die Idee der Alternativlosigkeit, so sagen Sie, ist erkennbar nicht mehr alternativlos. Alles scheint jetzt möglich. Aber stimmt das? Und stimmt das auch noch in ein paar Monaten? Ist es nicht vielmehr so, dass es möglich oder vielleicht auch, wenn man pessimistisch denkt, einigermaßen wahrscheinlich ist, dass die Zukunftsenergie ökonomischer und geistiger Art gleichsam aufgegessen wird, aufgebraucht wird im Prozess der aktuellen Krise? Ja, es gibt in dieser Zeitdiagnostik der frommen Wünsche die Behauptung, wir befinden uns auf dem Weg in ein Zeitalter der Solidarität hin zu einer empathischen Zivilisation, weil uns diese Krise deutlich macht, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, wie sehr wir gewissermaßen das vernünftige Verhalten des anderen brauchen, benötigen, um auf gute Weise durch diese Krise hindurch zu kommen. Aber erneut gefragt, stimmt das denn wirklich? Ist Solidarität das Hauptsignum dieser aktuellen Krise? Lassen Sie sich nicht jede Menge Zeichen für einen empathiefreien Totalegoismus beobachten? Denken Sie an der Auseinandersetzung unterschiedlicher Staaten auf der Weltbühne, den Kampf um Masken und Beatmungsgeräte. Denken Sie an die geschlossenen Grenzen, die Wiederkehr des Nationalismus. Schon die aktuellen Infektionskarten sind ja Ausdruck dieses neuen Nationalismus, die Nationen als die zentrale Referenzgröße. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die globale Solidarität mehr ist als ein frommer Wunsch. Und es zeigt sich, auch das ist eine Behauptung, die regiert, es gebe nun, das gehört für mich auch zur Zeitdiagnostik der frommen Wünsche, es gebe nun eine neue Handlungsstärke, die sich beobachten ließe. Und diese Handlungsstärke sei gewissermaßen der Testfall oder die Blaupause, die sich dann nutzen ließe für die Bekämpfung des Klimawandels. Aber erneut gefragt, wer weiß, wer weiß, ob das so stimmt? Wer weiß, ob nicht am Ende dieser Pandemie sich etwas beobachten lässt, was der Journalist Bernd Ulrich mit einem klugen Wort nachholende Gier genannt hat. Ob man nicht sagen wird, nun gut, wunderbar, wir sind durch diese Krise hindurchgekommen, aber nun Schluss, endgültig Schluss mit diesen ganzen komischen Gesetzen zu Düngemitteln, zum Artenschutz. Schluss mit dem Ökogedöns erst mal. Die Wirtschaft hochfahren, sie braucht es jetzt und wir können keine Rücksicht nehmen. Wahrscheinlich, möglich, dass man so denken wird. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, es gibt keinen krisengeschichtlichen Automatismus. Ja, es ist wunderbar, ein neues Denken zu feiern, ein neues Miteinander zu zelebrieren, eine neue Handlungsstärke zu diagnostizieren. Aber was sieht man, wenn man dergleichen formuliert? Ich würde sagen, man sieht die eigenen Wünsche, man sieht den eigenen Idealismus, man sieht die eigenen Sehnsüchte. Und was sieht man, wenn man sich nicht von diesen Sehnsüchten und Wünschen leiten oder primär leiten lässt, wenn man fragt, wie die Weltvirus-Krise in ihrer aktuell erlebbaren Widersprüchlichkeit aussieht, zumal auf der Weltbühne des Netzes, unter vernetzten Bedingungen? Ich würde sagen, das wäre die zeitdiagnostische Formel, die ich Ihnen an dem heutigen Abend vorschlagen möchte. Ich würde sagen, man sieht die paradoxe Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Was meine ich mit dieser Rede von der paradoxen Gleichzeitigkeit des Verschiedenen? Ich meine damit, alles ist gleichzeitig sichtbar. Die seriöse Information, die bizarre Verschwörungstheorie, die Positivmeldung, die Zeichen und Berichte von einer berührenden Solidarität, die Nachbarschaftshilfe, die Explosion künstlerischer Kreativität im Netz und anderswo. Aber eben auch die Geschichte von jenen reichen Russen, die sich jede Menge Beatmungsgeräte kaufen, prophylaktisch und ohne Not, um sie für sich zu hamstern. Und die aktuellen Berichte über einen delirierenden amerikanischen Präsidenten, der mal eben empfiehlt, man solle sich Desinfektionsmittel spritzen, um gegen Covid-19 irgendetwas Sinnvolles zu tun. Alles ist gleichzeitig sichtbar. Ja, das Netz, so könnte man sagen, ist das Medium der radikalen Differenzerfahrung. Eine gigantische Sichtbarkeitsmachungsmaschine, wenn man so will. Eine einzige permanent vibrierende und pulsierende Maschine, die auf einer Weltbühne Unterschiede sichtbar werden lässt. Eine Transparenz der Differenz. Frühere Medien, wäre eine Metapher oder ein Bild, das ich Ihnen vorschlage, frühere Medien waren so etwas wie, im Vergleich, wie Kerzenlampen oder Öllampen oder etwas in dieser Art. Und das Netz ist, wenn man dieser metaphorischen Spur folgt, so etwas wie Neonlicht. Es macht Unterschiede maximal scharfkantig, maximal feinkörnig sichtbar. Und wir sind in ein Universum der grellen Kontraste hineingestürzt. Wir sehen alles. Und alles, so scheint es, könnte jetzt passieren. Wir sehen und erleben den Kampf gegen diese Epidemie. Wir sehen und erleben im Vergleich die Reaktionen und Strategien ganz unterschiedlicher Systeme. Wie gehen asiatische Diktaturen mit der Pandemie um, wie asiatische Demokratien im Vergleich zu westlichen. Wir sehen und erleben, wie dringend wir gerade jetzt digitale Medien brauchen und benötigen. Und wir sehen und erleben, wie Plattformen gleichsam im Windschatten dieses Bedürfnisses und dieser Bedürftigkeit ihre Macht maximal ausbauen. Alles ist gleichzeitig sichtbar. Ein Ringen um Weltanschauungen, Mündigkeitsideale, um unterschiedliche Imperative irgendwo zwischen ökonomischer Vernunft und humanitären Appellen und brutalem Nützlichkeitsdenken. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, die aktuelle Weltvirus-Krise ist auch so etwas wie ein gigantischer Zivilisationstest für westliche Demokratien. Ein Zivilisationstest, der sie im Inneren erschüttert. Und während dieser Zivilisationstest noch läuft, tauchen am Horizont längst neue Krisenzeichen auf. Muss man die Frage stellen, wie kommen wir auf solidarische Weise durch diese Krise und wie kommen wir auf eine solidarische und effektive Weise durch andere Krisen wie die Klimakrise, die unser Vorstellungsvermögen, unser allgemeinmenschliches Vorstellungsvermögen so radikal überschreiten? Wie können wir uns von der persönlichen Angst lösen und hin zur globalen Empathie gelangen? Wie können wir diese sehr schlichte, sehr primitive, reflexhafte Katastrophendidaktik des unmittelbar erlebbaren Schreckens verlassen? Können Kulturen dies lernen? Können Gesellschaften dies lernen? Sind wir dazu in der Lage? Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, ich hätte auf diese Fragen gerne eine Antwort. Und am allerliebsten hätte ich eine beruhigende Antwort, eine schöne Antwort. Eine Antwort, die mich irgendwie gelassen in diesen Abend hinübergleiten lässt. Aber ich habe diese Antwort nicht. Ich habe nur neue Fragen, nur noch mehr Fragen. Vor gut 23 Jahren war ein einigermaßen erfolgloser Journalist auf der Suche nach einem richtigen Beruf. Vor 23 Jahren habe ich dem Kybernetiker Heinz von Förster in einem Anfall von Größenwahn einen Brief geschrieben und ihm vorgeschlagen, dass wir gemeinsam ein Buch schreiben. Heinz von Förster war damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere, man könnte sagen, ein akademischer Superstar, ein Stichwortgeber, ein Stichwortgeber im Feld der internationalen Wissenschaftsszene. Er hatte mit Stuart Brand kooperiert, für den Whole-Earth-Katalog geschrieben, mit John von Neumann zusammengearbeitet, dem Miterfinder des Computers, dem Urvater der Kybernetik. Und Niklas Luhmann, der Soziologe, bezeichnete ihn als eine seiner großen Inspiration für sein Werk. Ich schrieb also diesen Brief, schlug vor, ein Buch zu schreiben und Heinz von Förster, zu meiner totalen Verblüffung, fand das eine ausgezeichnete und hervorragende Idee und wollte nur die Termine abklären und wissen, wann ich denn Zeit habe und kommen könnte. Und so bin ich dann nach Kalifornien gereist, nach einigen Monaten der Vorbereitung. Förster lebte eine Autostunde von San Francisco entfernt, in einem kleinen Städtchen, mehr oder minder direkt am Meer mit Namen Pescadero. Und da hatte sich hier auf einem Hügel ein Haus gebaut, ein Hügel, den die einheimischen Rattlesnake Hill nannten, den Hügel der Klapperschlangen. Und da fuhr ich also hin und Förster signalisierte mir gleich von Anfang an, den Tag über hätte er leider zu tun, aber abends um zehn, da könnte ich kommen, da könnten wir Gespräche führen, da könnten wir über dieses magische Buch reden. Und so habe ich es dann gemacht. Bin da jeden Abend über zweieinhalb, drei Wochen hingefahren, hat Kaffee gekocht, wir haben geredet. Ich habe nie eine einzige Klapperschlange getroffen, aber ein Magier der Kybernetik. Ungeheuer lebendig, anregend, der großzügigste und vitalste 87-Jährige, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Kommen wir auf gute, solidarische Weise durch diese Krise? Wie können wir die anderen Krisen, die vielleicht schon übermorgen drohen, auf eine gute, solidarische Weise bewältigen? Wie sieht eine gerechte Gesellschaft überhaupt aus? Und wird sie kommen? Oder nur eine fröhliche oder höfliche Fantasie von einigen wenigen bleiben? Heinz von Förster hätte gesagt, das sind alles fundamental unentscheidbare Fragen. Was sind unentscheidbare Fragen? Und was sind entscheidbare Fragen? Für Förster war das eine wichtige Unterscheidung. Nun, entscheidbare Fragen sind Fragen derart, wie zum Beispiel, ist die Zahl 2284 durch Zweiteilbar. Kann man sofort diagnostizieren, ja, sie ist durch Zweiteilbar. Im Zweifel hilft der Blick ins Mathematikbuch. Darf ich Lippenstifte klauen in Tübingen, Berlin oder wo auch immer sie sind? Hier genügt der Blick ins Gesetzbuch. Nein, in Tübingen, Berlin oder wo auch immer sie sind, man darf keine Lippenstifte klauen. Ist der Satz, ich habe fertig, grammatikalisch korrekt? Hier hilft einem der Blick ins Grammatikbuch. Nein, der Satz, ich habe fertig, ist grammatikalisch nicht korrekt. Das heißt, die Spielregeln des jeweiligen Realitätsbereichs, der Mathematik, der Gesetze, der Grammatik bahnen den Weg der Entscheidung einer entscheidbaren Frage. Aber kommen wir auf gute, solidarische Weise durch diese Krise? Und wie sieht eine bessere, eine gerechtere Normalität aus? Gelingt uns der Wechsel von der persönlichen Angst zur globalen Empathie? Das sind im Sinne Heinz von Försters unentscheidbare Fragen. Es gibt keinen Automatismus der Entscheidung, kein Regelbuch, in dem die Antworten fixiert werden. Nein, wir müssen über diese Fragen reden. Wir müssen über diese Fragen streiten. Sie entstehen zumindest in einer Demokratie. Die Antworten entstehen zumindest in einer Demokratie, im Diskurs, im Disput, in der Debatte. Die Pointe des Gedankenspiels von Heinz von Förster besteht in der Einsicht, unentscheidbare Fragen sind nicht durch die Spielregeln, die es so gibt, schon vorentschieden. Nein, unentscheidbare Fragen müssen wir entscheiden. Nur unentscheidbare Fragen können wir entscheiden. Und es kommt bei dieser Entscheidung auf uns an. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine ziemlich schlechte Nachricht zum Schluss. Denn es gibt nun mal keinen Automatismus der Entscheidung einer unentscheidbaren Frage und der Beantwortung jener grundsätzlichen Frage, ob wir auf gute, solidarische Weise durch diese Krise kommen und durch jene Krisen, die bereits wie ein Wetterleuchten am Horizont zu sehen sind. Aber sie ist genau bis hin, zumindest aus meiner Sicht, eine grandios gute Nachricht zum Schluss. Denn die Entscheidung einer unentscheidbaren Frage macht uns klar, dass wir frei sind, macht uns klar, dass wir verantwortlich sind. Verdammt zur Freiheit und verdammt zur Verantwortung. Das kommt in diesem Wechsel von der persönlichen Angst zur Empathie auf uns an, auf sie, auf mich, auf jeden Einzelnen. In diesem Wechsel zu einer Empathie, die andere, schwächere, weniger privilegierte, aber eben auch die Natur, die Pflanzen, die Tiere mit einschließt und vielleicht sogar einen blauen Planeten, der irgendwo in der Schwärze des Universums herumdriftet. Es kommt bei all dem auf uns an. Meine Damen und Herren, haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein Vergnügen, zu Ihnen heute Abend zu sprechen. Zum Schluss habe ich noch eine Hoffnung, dass wir über all dies weiterreden, spätestens nächstes Jahr in Berlin, dann aber face to face.